Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spay Hearts of Iron 4 in dem wir jetzt gerade hier ein bisschen den Angriff planen. Hier werden auf jeden Fall alle fallen. Die X-Tile werden gerechtfertigt in zehn Tagen, denn ich möchte mir den ganzen Bereich auch noch quasi einverleiben. 19% mittlerweile, Tendenz steigen nachher noch. Sonst noch irgendwas gerade. Ja, das ist das hier. Waffentechnik kommt als nächstes dran. Das können wir immer gut gebrauchen. Und natürlich noch ein bisschen Ressourcen aus Schweden anzapfen. Dann sind wir da auch schon mal mit dabei. Ansonsten nichts momentan. Nein, wir sind mit einem zufrieden. Wir zerstören ja gerade noch ein paar U-Boote. Großungarn wird ausgerufen. Ja, nee, ist klar. Ruf das mal aus. Ruf das mal aus. Ähm, wo seid ihr denn unterwegs? Da hinten. Baut ein bisschen, wie es ausschaut. Ein bisschen sogar. Ist abgeschlossen. Wir werden noch demnächst angreifen. Und wir werden dann noch sagen, die Sachen sind verbunden, dich auch, dich auch. Sind die auch selbstständig verbunden? Glaube ich eher weniger. Ja. Die sind nicht selbstständig verbunden. Das müssen wir noch quasi ändern. So, wunderbar. Hauptsache das ganze System hier läuft auch ohne, dass wir durch das Gebiet von den anderen durch müssen. Ja, aber es ist schön, dass wir die Mongelei haben. Ist für mich eine schöne Sache. Wo seid ihr denn? Hinten seid ihr? So, noch ein bisschen passiv arbeiten. Damit wir noch jemanden bekommen können. Und dann können wir sagen, hey, ihr seid alle vorbereitet. Ja, die haben mich jetzt dechiffriert. Das passt schon. Irak wird angegriffen. Gebirgsjäger haben jetzt den Alliierten beigetreten. Sollen sie euch machen? Ich habe meine Gebirgsjäger. Das passt dann schon soweit. Wir haben dich, 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 moderne Kampfpanzer, Verstärkungsschoss und rekrutierbare Bevölkerung noch nach oben. Ja, natürlich. Geh er doch mit. Ja, Entschuldigung dafür. Nehmen wir her damit und einmal wieder angreifen. X-Beitritt? Nein. Das ist meins. Das ist meins. Dänemark hat ihn hinzugefügt als uns und Feind. Ja, unschön. Ganz, ganz unschön. Irak. Auch innerhalb von zehn Tagen machen. Das passt soweit. Der einfache Torpedo wurde gemacht, damit unsere Leute schneller angreifen können. Dann sagen wir als nächstes. Ich hätte gerne Waffentechnik und ich hätte gerne Atomforschung. Geht ein bisschen zu weit. Fortgeschwindere Maschinen. Das bringt noch eher was. Bis nach da unten fahren. Ich möchte hier nichts sehen. Überhaupt gar nichts davon. Back down, go. Wird alles fallen. Die nächsten, die wir gleich angreifen können. Oh yeah. Ähm, Deutschland. Und ihr bitte noch ein bisschen was. Das wäre ganz schön, wenn wir das bekommen könnten. Ich wollte gerade sagen. Komm schon. Lass mich doch das Gebiet hier vor ins Ei nehmen. Das passt dann schon. Das passt dann schon. U-Boot werden gebaut. Werften werden immer mehr. Das ist auch in Ordnung soweit. Dann hätte ich gerne noch... Hm, was fehlt uns denn am meisten? Waffen. Waffen. Ja, da können wir echt nur ein bisschen was vertragen. Die Personenabwehr kriegen wir auch noch weit nach oben. Und ich möchte bitte euch gerade sagen, einen großen Angriff auf euch alle machen. Bitte bis nach da unten hin angreifen. Das wäre wunderbar. Ähm, wird denn hier schon angegriffen? Noch nicht, so wie es ausschaut. Warum denn noch nicht? Diesen Befehl wurden keine Einheiten zugeordnet, was? Nein, Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir doch gleich. Okay. Alle Mann zurückgehen. In 80 Tagen können sie noch mal versuchen anzugreifen. So, wie lange haben wir denn den hier noch? Bis März. Ich glaube, bis März sollten wir ja eigentlich durch sein, würde ich mal behaupten. Eventuell brauchen die da hinten noch ein bisschen Unterstützung. Dann kommt ihr alle her bis auf die Marinebomber, die hier eh nicht sind. Was? Ah, hier sind sie. Ihr kommt bitte alle nach dorthin und nach dorthin. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Yep. Zumindest ein bisschenchen Hautsinn. Nicht arg viel, aber ein bisschen. Na komm, breche durch, breche durch. Ich weiß, der ist ein bisschen überlastet, aber dennoch müsste es funktionieren. Ihr Italiener, verschwindet endlich. Ich sehe jetzt nicht, der ist ein bisschen unnötig. Ich habe das sagen und ich sogar. Ihr seid vorbereitet. Ihr habt hier seid sowas noch vorbereitet. Und bei euch könnten wir jetzt noch sagen, hey, guck mal her. Bitte einmal halbieren. Ihr geht nach darüber. Dann greift mir das Ganze so rum an. So, los, 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 los. Bevor das Ding im März ausläuft. Das muss man nämlich nicht haben. Ähm, für eine Extraktion. Jepp. Dann haben wir auch gemacht. Dann machen wir jetzt nächstes Ausbildungszentrum für Entschlüsselungen. Das passt dann schon soweit. Immer mehr, obwohl sie gar nicht kommen sollen. Immer mehr Leitpacht beginnen. Jepp ist begonnen. Und die Leute kommen. März. Was haben wir denn gerade für einen? 13. März. Okay, das passt. 13. März ist noch in Ordnung. Das sollten wir euch alles aufgestellt haben. Moderne U-Boot-Flotte. Jepp. Das auf jeden Fall noch dazu machen. Irak ist gefallen. Das passt. Das passt. Das passt. Du kommst mit als unser Feind. Das sagen auch hier bitte so rum angreifen. Ähm, verkehrt rum. Ja, was soll's. Was soll's. Einfach mal alles reinholen, was geht. Alles reinholen. So, ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich, jepp, den Flughafen da haben. Das war ich doch die ganze Zeit. Flughafen, näher damit. 700 Stück. Wir können angreifen und sind zufrieden. Und können jetzt auch hier endlich mal den Panzergrenadier, den nächsten bauen. Jepp. Wir werden die hier bauen. Die Stufe 2. Und auch direkt mal quasi voll ins Upgraden. Passt. Einmal mit dem Mark Einzelnen hergesetzt. Die Antistrategien bauen wir gerade nicht mehr fahren. Das ist in Ordnung. Für mehr Stahl bräuchten wir Forschung 3 und Forschung 4. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Integration kann man machen. Und das brauchen wir nicht mehr machen. Nein, wir haben einfach zu viel von einem momentan. Das Feind hinzugezogen. Okay, Feindlich starten. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit an der Stelle. So, sie haben verschwindet mal. Noch mehr Unterstützung in der Luft auf jeden Fall. Mich gerne entgegen. Und dann sagen wir noch bitte, hey, Kollegen. Ich hätte gerne einmal Angriff so rüber gemacht. Go, go, go. Alle Himmelsrichtungen. Dann wäre der Bereich nämlich auch schon mal safe. Und hier wird es gleich interessant werden, ob wir das vielleicht noch schaffen können. Und dann halt eben nochmal Deutschland, was so ist. Wenn wir selber gerade nicht rankommen, dann müssen wir es halt so machen. Schusswerften in Kreta werden weiter ausgebaut. Das passt. Das heißt, Mexiko tritt den Alliierten auch noch bei. Eieiei. Was die mal sagen wollen, die Mexikaner. Ähm, dann können wir britisch Indien, glaube ich, danach auch noch angreifen, oder? Ja, wir können sogar die ganzen Bereiche unten einkassieren. Das gefällt mir sogar sehr. Achso, stimmt. Wir haben noch einen einzigen, den wir nicht draus gemacht haben, sowieso. Schaut. Aber nur einen einzigen. Das ist ein bisschen wenig. Das sagt wenig, aber was soll's. Treibstoffreserven gehen nach oben. Und noch mehr nach oben natürlich. Ja. So, können wir hier angreifen? Wir sollten angreifen können. Wir haben das Element der Überraschung. Und auch noch da drüben. Den Bereich hier mitnehmen. Lasst es grün werden mit jeder Menge. Die Ballere in der Luft. Das ist ein bisschen noch zu viel hier auch. Hier auch. Ähm. Wie wär's denn mit, 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 mit. Abbau. Oh, das ist hier Gummi auch noch. Gummi aber beides. Gummi aber wieder ein Abbau. Was wir schon bekommen können, nehmen wir hier jetzt auch mit. Und ich warte nur, bis wir hier mal angreifen können. Hier haben wir was. Hier aber hier nicht. Ah. Ich möchte einfach darüber kommen. Ähm. Ja. Den Rest machen wir demnächst. Das machen wir demnächst. Und Landvergrößerung können wir noch mehr machen. So lange haben wir das bekommen. Nehmen wir es immer gleich mit. Und hier haben wir den gerade. 20% sind steigend. Uh, ja. 20% steigend ist wunderbar. Ich überlege gerade, ob wir noch ein paar Zerstörer machen sollen. So zur Gaudi. Hm. Eine Hand für kleine Mini-Zerstörer. Ist was zur Gaudi, ja. Komm zur Gaudi, machen wir gleich zur Zerstörer hier noch. Müssen ja nicht viel sein. Hier und dort ein bisschen was. Passt ja soweit. So. Wie schaut denn hier die Verbindung aus? Die ist nicht gegeben. Dann sollten wir die vielleicht mal herstellen. So quasi so rum. Der Wett 2 können wir da sogar machen. Los geht's. Und bitte einmal bauen. Weil danach müsste es eigentlich besser sein. Dann müsste es wesentlich besser sein. So, wie schaut's denn hier aus? Wir zerstören hier ein bisschen was. Dort ein bisschen was. Aber die sind immer noch hier, so wie es ausschaut. Die sind noch da. Na, warte ab. Das kriegt man schon hin. Das kriegt man schon hin. Ähm, pausieren. Dort mitmachen wieder. Wir greifen so lange ein bisschen mehr als bekommen wir können. Wie viel brauchen wir denn noch an Fliegern eigentlich gerade? Ziemlich viel. Okay, wir brauchen ziemlich viel Luftnahunterstützung, stelle ich gerade fest. Und wir haben nicht so viel, weil wir gerade echt keinerlei, dankeschön, Reifen haben. Ja. Oder eine Flotte. Noch mehr U-Boot-Technik, natürlich. Ein Kreuzer-U-Boot können wir jetzt bauen, bitte weißt. Was ist ein Kreuzer-U-Boot? Hä? Treibstofftank? Bitte, was? Was ist das denn? Okay, warte mal, wenn ich das bauen würde. Wir sagen, Treibstofftank, was bringt der uns? Reichweite, okay. Einfach so. Oh, Flugzeuganlage, bitte was? Bringt uns noch so nah sogar. Wow. Ein Torpedo-Rohr, den hier noch. Das ist interessant. Die königlich-griechische Armee kann sowas machen, okay. Wir haben die Reichweite, die wir brauchen. Also, wir sagen natürlich, wir brauchen diesen Extratank nicht. Wir sagen eher, dann braucht man nicht wirklich nicht. Torpedo und Giftkürme machen, okay. Zack. Kreuzer-U-Boot. Warum nicht? Wenn ich jetzt sage, dich vergleichen, bitte. Kann ich das irgendwie... Mit einem... Ist es die Hydra-Klasse, oder wie ist das? U-Boot Mark I. Dichter hier, mit dem wir vergleichen. Ähnlich, ähnlich. Der hat zumindest zu nahe dran. Also, es wäre lustig, sowas zu bauen, aber im Endeffekt bringt es gar nichts. Da ist das eigentlich noch besser, muss man sagen. 1944. 1944. 1944. Ähm... Es ist lustig, es ist lustig. Kaltze-U-Boot bauen. Dann bitte noch ein normales U-Boot bauen. Nein, da haben wir da unten schon, okay. Da unten schon. Zack, zack, zack. Dann wollten wir das noch umrüsten, auf den ich besser... Eieiei, mehr Stahl. Wie ist nicht mehr Stahl? Ähm... So rüber, so rüber, so und so. Das bitte auch in die Flotte mit aufnehmen. Und wir brauchen einfach mehr von allem. Stelle ich gerade fest. Also wirklich massiv mehr von allem. Bauvorhaben, Forschungen, Handelsbeziehungen. Ähm... Schweden, noch mehr. Und den Rest machen wir gleich selbstständig noch, oder? Weil das haben, können wir danach weitermachen. Solle. Hm. Haben wir alles, was wir benötigen, auf jeden Fall. Oh, meine Güte. Okay, wir haben dich, dich und dich und dich und dich. Und dich auch, so wie es ausschaut. Yep. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Und zerstören alles, was wir zerstören können. Go, go, go. Rein mit euch, rein mit euch und rein mit euch. Sonst steht noch irgendwas gerade. Yep, hier. Als ob die irgendwas machen könnten gegen uns. 14 Stücke haben wir da verloren. Aber die verlieren auch gerade ziemlich viel, muss man sagen. Es ist nicht gerade wenig, was sie verlieren. Wir haben noch Bombe. Verbessere Luftdamsch... Wir haben noch... Erde mit. Alles, Mann, dorthin. Pff. Bombardiert einfach weiter, was soll's. Wenn wir so viel haben, dann müssen wir es raus. Ähm... Ihr bitte da angreifen. Das sind einige Kompanien, die jetzt drauf gehen werden. Und wir können Britisch-Indien überfallen, aber wirklich überfallen. Dann werden wir zu denjenigen werden, die quasi... Dankeschön für den Iran. Die hier alles bekommen können. Nice, das gefällt mir doch. Sondersgleichen. Ähm... Wenn wir das haben... Stimmt, wir wollen danach doch Zerstörer machen. Die Zerstörer bekommen... Auch noch Sonnare und sowas dazu. Ja, komm, was soll's. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Sonnare und... Kreuzer, leichte Schiffe. Leichte Mittel der Batterien. Das dauert alles so lange, aber... Schwere Schiffe, das brauchen wir auf jeden Fall überhaupt nicht. Ja, Torpedo-Werfer. Gehen wir doch auch ein bisschen in die Richtung rein. Ähm... Zack und zack, so rüber. Und dann sagen wir bitte bis hier rüber angreifen. Das passt schon. Ähm... Ihr hier... Seid da. Ihr seid da hinten und greift bitte... Bis irgendwie hier rum an. Keine Ahnung wie. Das kriegt's schon irgendwie hin. Da glaube ich an euch. Dass ihr es irgendwie platt machen könnt. Während wir noch wesentlich mehr Stahlpferden benötigen. Huhuhuhu. Das kommt dann später auch mal nach oben. So, besser. Wesentlich besser. Ähm... Flugzeuge können wir eigentlich auch wieder rüber. 700 Stück. Die kommen nach da und nach dorthin. Ich bitte darum, alles nir zu walzen. Hier muss alles drauf gehen, was noch drauf gehen kann. Wir könnten auch gerne nochmal sagen, wenn wir Bombe haben. Das sind... Ne, das sind nicht so viele. Die sind nicht ganz so viele. Quit India. Ja, ich glaube mit India, da ist nicht mehr viel zu quitten. Treibstoff gehen pro Öl. Auch noch erhöhen. Ja, herrlich. Da bin ich froh, dass ich die Ölfäde hier hab. Und trotzdem reicht's nicht aus. Muss ich mal denken, es reicht trotzdem nicht aus. Ja, da geht's! Sordle. Erstmal alles hier weg. Hier auch, hier auch. Dann sagen wir Frontlinie aufbauen. Mit Angriffslinie bitte ein bisschen nach da unten entlang fahren. Wunderbar. Hier sei die Nächsten. Nach da bitte hin gehen. Und Angriffslinie bis nach da unten fahren. Wunderbar. Theoretisch dürfte es hier nirgendwo mehr irgendwelche Probleme geben. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir lassen die Verteidigung sein und gehen zum Angriff über. Wir schnappen uns, ähm, die Hälfte von euch. Was ist das da hier? Gehen darüber. Äh, beziehungsweise, nee, genau, der Strom, genau, der Strom. Du kommst hier rein. Und wir möchten bitte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, brauchen wir. Nein, brauchen wir. Die sollen hier quasi... Warte, nee, darüber hin gehen. Ihr werdet es nicht machen. Ihr werdet quasi für den Angriff da sein. Gegen Saudi-Arabien. Damit wir den Borgel nämlich auch mal für uns bekommen. Wunderbar. Und ihr werdet mir quasi meine Verteidiger sein, meine Kleinen. Ähm, haben wir da noch jemanden übrig gerade? Den guten Markus und den guten Dimitros. Dann wollen wir sagen, Markus wird quasi befördert. Ihr habt den wasch befördert, Markus. Und der andere wird hier eingesetzt werden. Das heißt, ihr werdet mir bitte das hier verteidigen. Und wunderbar. Go, go, go. Du kriegst quasi die Defensiv-Doktrine und du bekommst die Verschanzungsrate. Und der Kollege unten bekommt noch das Scharmützel hinzu. Wunderbar. Genau so wollen wir es doch haben. So, und ihr kräft alle an. Sobald ihr das könnt natürlich. Jetzt da. Oder doch nicht. Nochmal anfangen. Willst du mich vergagern? Okay. Wenn das der Fall ist, dann können wir aber auch sagen, hey. Bitte von dem Hafen aus anfangen. Dann passt das auch schon mal. Und ein weiter Zerstörer wurde vernichtet. Das ist in Ordnung. Hier hinten haben wir immer noch nichts. Schade eigentlich. Ihr seid fast alle da. Das heißt, wir könnten hier euch den Krieg erklären. Finland und Uruguay. Sollen sie ruhig was gegeneinander oder miteinander machen? Mir egal. Mehr Gummi. Ganz viel Gummi sogar hinzu. Und wir müssen ein bisschen was importieren von Portugal. Nicht viel, aber ein bisschen was. Damit das auch funktionieren kann, was ich mir gerade vorstelle. Ein Zerstörer. Der kriegt auch ein paar schöne Sachen noch ab. Normal forschen. Ganz normal forschen an der Stelle. Ein Zerstörer. Ja, dem fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen Akvieh sogar. Züge haben wir auch. Das auch. Das auch. Wir benötigen dieses Eklienten. Sollten wir aber hoffentlich gleich bekommen. Forschen für U-Gute. Lange Tradition. Ja, wir haben lange Tradition natürlich. So lange wie wir hat niemand eine Tradition bisher. Als ob, als ob. Bombardierungen verstecken. Angreifen. Und wir können erfolgreich hier noch angreifen gehen. Ja, Kriegsverklärung machen. Wir dürfen natürlich auch gerne zu den Alliierten beitreten. Das ist mir sowas von egal. Bitte greift einfach nur an. Das passt jetzt schon. Einfach nur angreifen. So, der Rabin hinzugezogen. Das macht nichts. Wird trotzdem uns gehören. Wir verlieren ein paar Schiffe. Aber die verlieren immer mehr U-Boote. Das ist schon mal gut. Richtig gut sogar. Sonst noch ein bisschen was. Ja, Unterstützung bekommen sind dann auch noch. So, bitteschön. Meine Versorgung sind nicht eure. Hehehe. Was benötigen wir noch alles? Immer noch Zusatzausrüstung, so wie es ausschaut. Und Packs bis zum Umfallen. Dann nochmal zwei hier rein machen. Und zwei hier rein machen. Dann passt es schon wieder. Dann haben wir das geregelt. In Japan holen wir noch was. Und auch noch hier etwas was. Nicht viel, aber jedes bisschen hilft ja. Bekommen wir hier unten eigentlich Öl. Ja, es hält sich in Grenzen, aber wir bekommen Öl. So, der Rabin hat kapituliert. Das ist schön. Ähm, ihr hier. Sagt mir dann bitte, die andere Hälfte soll da hingehen. Und da angreifen. Dann haben wir noch welche, die dann quasi darüber ergreifen. Go, go, go. Und wir haben noch welche, die quasi dort, dort und dort sind. Ihr sollt dann den Bereich hier angreifen. Und gut ist. Sottel. Sitz passt und hat Luft. Und der Bereich nämlich auch weg vom Fenster. Muss ich mir auch nichts mehr Sorgen machen. Den Oman könnten wir auch angreifen. Da sind wir nur zehn Tage. Das ist... Müssen wir jetzt noch nichts machen. So, dann hierzu Ela. Bitteschön. Sorge mir für ein bisschen mehr. Vichy Fros ist mit Teil des Krieges geworden. Okay. Ah, sieh an, sieh an. Die haben hier echt hohe Verschleißraten. Das stelle ich gerade fest. Ein paar Tage haben wir noch übrig. Dann können wir nämlich auch hier noch vor uns angreifen. Wie schaut es denn hier aus? Vichy Fros. Südarabien. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Hier müsst ihr nach und nach alle voll sein. Ja, ihr seid nach und nach richtig gut voll sogar. Und da haben wir leider keine weiteren Asset für den Moment. Aber was soll's? Was soll's? Wir haben noch 24 Tage Zeit. Schauen wir doch mal. Den Stolz ihrer Vierter haben wir besiegt. Sieg für uns. Sieg für uns? Ich würde gerade sagen. Kommt da jetzt was? Können wir da jetzt bald was machen? Oder wie? Ich hoffe mal, dass wir hier bald rüberkommen. Irgendwann der Experte. Das ist in Ordnung. Und noch ein bisschen was auf Handelsförde und U-Boot und sogar aufgeben. Passt. Sieht's, passt und hat Luft. Wir haben daher auch alles eingenommen, oder? Ja, gut, komm her. Nimm's her. Nimm's her. Dankeschön. Dann bitte den Jemen einnehmen. Alles mit dem Oman einnehmen. Das auch einnehmen. Wunderschön. Hier. Zack. Werde mit. Angesbefehl nach dorthin. Und go. Andere Hälfte von euch geht bitte dort rüber hin und macht hier quasi das Ganze dann fest. Und ich würde mal sagen, wenn die hier besiegt sind, dann können wir auch den Suezkanal wieder reparieren. Davor nicht. Davor machen wir's nicht. Ja, aber sonst alles andere funktioniert sonst. Ja, bitte schon angreifen. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Und Schweden auch noch ein bisschen was mitnehmen. Jemen kann angegriffen werden. Ich bitte doch darum, Kriegseklang machen. Rein mit denen. Leibhacht beginnen. Yep. Leibhacht beginnen. Yep. Das ist nicht viel, aber jedes bisschen ist Gold wert. Ähm, wenn ihr jetzt hier quasi, ich wollte gerade sagen, da außen rum lauft, könnt ihr ja eigentlich das Ding direkt angreifen, würde ich mal behaupten. Eine lange und stolze Tradition und El Nautica kommt als nächstes dran. Passt soweit. Und bingo, meins. So schnell kann's gehen. Und ihr dürft da unten angreifen. Oh ja, ich seh's gerade, ich seh's gerade. Es funktioniert, es funktioniert. Sie werden keine Chancen haben, hier noch was anzurichten bei uns. Nehmt das noch gerne mit. Und wir sagen, wie Schiff hohr ist. Nein, nicht mehr. Und bitte hier noch ein bisschen gegen machen. Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Angreifen, ab nach da oben. Go, go, go. Nimmt's hier alle mit. Hier ist nichts mehr am Leben. Aber so aus und gar nichts mehr. Go, 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 go. Alles eingenommen. Passt soweit. Das heißt, hier ist nichts mehr da. Alles wurde vernichtet. Suches Kanal, du kannst wieder gebaut werden. Sodde. Dann regionale Erweiterung können wir als nächstes machen. Eine demografische Razzien. Nein, 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 nein. Razzien brauchen wir definitiv nicht. Den Triumph haben wir auch noch leider nicht, aber wir kommen doch zu unserem Triumph. Aber sowas von. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Ich wollte gerade sagen, ihr wart nicht. Oh, ihr seid drüben. Ich glaube, ich bin, ihr seid drüben. Ähm, ähm, ja. Bitte angreifen. Damit habe ich es nicht gerechnet. Überhaupt nicht sogar. Go, go, go. Äh, ihr hinterher. Hinterher, sowas von. Go, go, go. Egal wie. Sowas von egal wie. Go, go, go. Das ist echt... Das ist jetzt ein Wunder, dass das so hingehauen hat bisher. Okay, was brauchen wir sonst noch alles? Ähm, besser Artillerie. Ja, die müssen mehr Schaden machen. Ich glaube, ich spinne. Wir haben hier gerade erfolgreich Aggressoriken gegen die Inselappen vorgegangen. Ha, ha, ha. Die werden wir uns einverleiben. Das werden wir uns einverleiben. Und wenn wir das hier hinten auch noch geschafft haben, dann wird es interessant. Das da unten ist uns eigentlich egal. Die waren die wichtigsten, gefolgt von, natürlich, den Vereinigten Staaten. Aber, bis wir da hinkommen, sehen wir beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Macht's gut und wie immer. Tschüss alle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017